Warum nur zum Henkel müssen diese Wunderwerke deutscher Ingenieurskunst nun so rasch als möglich und obendrein unwiederbringbar zur Dekontaminierung der Systeme mit Säure zerstört werden? Hallo und herzlich willkommen aus dem Bayerischen Landtag zu einer neuen Folge von Was zum Henkel? Dass eine Partei, die bei einer Wahlbeteiligung von nur 76,6 Prozent bei der letzten Bundestagswahl, faktisch also gerade einmal von lediglich 12,25 Prozent der Wahlberechtigten tatsächlich gewählt worden ist, sich so aufführt, als habe sie das Alleinvertretungs-, nein, schlimmer noch, das Alleinbestimmungsrecht für dieses Land, das sehen und erfahren wir leidvoll Tag für Tag. Dass Ideologie statt gesundem Menschenverstand definitiv der falsche Ratgeber in der Politik ist, das wissen wir spätestens seit der Abschaltung der letzten drei Kernkraftwerke in Deutschland am 15.04. diesen Jahres, mussten wir doch schon einen Tag später Atomstrom aus der Tschechischen Republik und aus Frankreich beziehen, um einen Blackout im Süden Deutschlands zu verhindern. Dass die Grünen mit Umwelt, Wirtschaft und Außen, die für unser Land in diesen schweren Zeiten wichtigsten Ressorts regelrecht beherrschen, das spüren wir jeden Tag auf das Allerschmerzlichste. Da verwundert es auch nicht, dass Umweltministerin Lemke selbst nach dem Abschalten der letzten Kernkraftwerke nicht endlich mal zur Besinnung kommt und diese wenigstens noch für einen Übergangszeitraum als Notreserve betriebsbereit zu halten gewillt ist, sondern ganz im Gegenteil, auf deren sofortige, regelrechte Zerstörung besteht. Und da frage ich mich schon, warum nur zum Henkel müssen diese Wunderwerke deutscher Ingenieurskunst nun so rasch als möglich und obendrein unwiederbringbar zur Dekontaminierung der Systeme mit Säure zerstört werden und muss hier Kanzler Scholz nicht unverzüglich intervenieren und diese komplett sinnlose Wüstenei notfalls unter Einsatz seiner Richtlinienkompetenz stoppen? Nun, die Antwort ist klar. Den Grünen, die, weil sie ja die Bürger in ihrem krankhaften Umweltwahn schon seit Langem nicht mehr mitnehmen, ahnen bereits, dass das Wahlvolk ihnen 2024 ganz sicherlich keine zweite Legislatur zubilligen wird. Also versuchen sie nun so viel verbrannte Erde als irgend möglich zu hinterlassen, sprich alles zu unternehmen, um eine Umkehr durch eine demokratisch gewählte Nachfolgeregierung zu verhindern. Denn was zerstört ist, kann nun mal auch bei einem Gesinnungswandel oder gar einem Paradigmenwechsel in der Politik nicht mehr im wohlverstandenen Interesse des Landes eingesetzt werden. Dieses Kalkül ist aber nicht nur zutiefst undemokratisch, sondern es zeigt auch überdeutlich den erklärten Willen dieser Gurkentruppe, unser Land so rasch und so nachhaltig als irgend möglich an die Wand zu fahren und ideologiefreier Politik nicht die geringste Chance zuzugestehen. Als AfD können wir in dieser Situation die Bürger leider lediglich darüber informieren, was diese Umweltministerin in ihrem Fuhrrohr da anzurichten gedenkt, weil der grünen Linkshörige Öffentlich-Rechtliche das natürlich nicht tut. Weiter appellieren wir an die Menschen in diesem Lande, die grünen Deutschlandhasser endlich auf allen Ebenen abzuwählen und dafür der Stimme der Vernunft, also der AfD, eine Chance zu geben, mittelfristig die wahren Interessen der deutschen Bevölkerung in Regierungsmitverantwortung zu vertreten. Wobei ich Ihnen guten Gewissens zusichern kann, schlechter als die Ampel, kann es nun wirklich keine andere Regierungskonstellation mit unserem einst so großartigen Land meinen. In diesem Sinne, liebe Freunde, bitte bleiben Sie der AfD, bitte bleiben Sie auch mir auf Platz 21 der Zweitstimmliste in Oberbayern gewogen. Ihr, Uli Henkel, gegen den grünen Irrsinn auf allen politischen Ebenen und gegen die mutwillige und uns allen schadende Zerstörung der nun ja leider bereits abgeschalteten letzten drei Kernkraftwerke in Deutschland. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020